Der hetzt uns hier seine Plakaien auf, ey, ich geh mir in die Tür gegenüber. Fuck off, fuck off, ey. Was denn, was denn, was denn? Geh in die Tür gegenüber, schnell aber. Warum? 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 Kacke, ich renne hier rum, ich muss den Fushit holen. Was ist denn der Tür gegenüber? Was heißt A? Was ist hinter dir? Ich weiß nicht, was das ist. Es ist in der Tür drin, es ist in der Tür, die zu ist. In der Tür, die zu ist? Ja, die gegenüber der Tür, da ist was viel drin. Ich hab mich jetzt in dem einen Raum versteckt. Ich hoffe, es kommt hier rein. Ich bin Raja, auch direkt Tür zu. Öl, mein Feuer. Oh, ein Monster vor der Tür. Aber warte mal, geh mal hier an der Fackel, also vor der Fackel dann rechts. Da ist hinten eine Tür. Ach, da geht mal. Die erste Tür direkt, wo es hell ist. Ja, da ist es noch hell, vielleicht ist da drin Lampenöl. Ach, ich soll wieder vorgehen oder was? Weiß ich nicht. Hahaha, genau so, ey. Ich hab Angst, dass Vieh kommt unter Bruch. Was, wenn du Säure aufgeschloss machst, wieso? Ja, das ist so ein Ziel. Die Tür ist aber doch da unten. Meinst du? Bitte. Also bei mir ist nichts passiert jetzt. Säure hat das Schloss schwer beschädigt. Ich hör's nicht! Es ist hinter mir! Es ist hinter mir! Ah, es kommt, es kommt, ich hab verloren, ich hab verloren, 100 pro. Doch, warte, schnell, schnell, die Lobby geht, die Lobby geht, die Lobby geht, ja! So, zwei weitere Türen. Guck mal, der Mann hat einen Penis. Prügel die Tür auf, mein Gott, prügel die Tür auf. Mit zwei Schlägen sind wir doch schon eine fette Tür durch, das gefällt mir gar nichts. Du bist, du bist fertig, weil der ist so. Doch, das kommt nicht schlecht, da ist los. Oh, das kommt nicht schlecht, dass das kommt nicht? Aber, dann sind wir schnell, wo immer einen Portion kommt, Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vielleicht ablenken? Einen Stein auf die andere Seite schmeißen oder so? Ehhhhh....ahhhh das ist gut, das sind Steine Günstalt 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 HAAH! FACK EIN! NEEIN! NEEIN! SCHEI-CE! Oh mein Gott, Scheiße! Scheiße! Ich hoffe, das treibt jetzt andersrum, bitte renn andersrum. Ich wollte den Stein schmeißen, komm gegen ein Scheißrohr neben mir. Jetzt ist das Vieh. Ich lauf. Das Vieh ist nicht in den Dämen. Ich lauf los. Ich lauf einfach los. Ich weiß nicht, wenn der Gang dahin fängt. Ich lauf einfach los. Ich lauf einfach los. Die Tür bitte zu drücken. Ne, die Tür zu drücken. Die Tür zu... Oh, das Vieh ist hinter mir. Scheiße, bitte zu drücken. Lauf. Ne Leiter, ne Leiter. Lauf hoch, hoch, hoch. Oh, bitte geh. Nein, ich bin im Arsch. Fuck, ey. Oh, mein Gott. Oh, Scheiße.